Visible Light Communication – Highspeed Internet aus der Deckenlampe Daten via Licht empfangen – einfach aus der Deckenlampe Die Übertragungstechnik des Fraunhofer HHI macht es möglich, mit handelsüblichen LEDs für die Raumbeleuchtung Daten zu übermitteln. Mit diesem optischen WLAN können Datenraten bis 3 Gigabit pro Sekunde erreicht werden. Zum Beispiel zum Download hochaufgelöster Filme für das Heimkino. Im öffentlichen Raum kann die Netzkapazität mit Visible Light Communication erhöht werden. Bei Konferenzen wird die Beleuchtung zur Datenautobahn. Mithilfe eines vom Fraunhofer HHI entwickelten Modulators werden LED-Lampen sehr schnell ein- und ausgeschaltet und Daten als Einsen und Nullen an das Empfängergerät gesendet – nicht wahrnehmbar für das menschliche Auge. Die Übertragung mittels LEDs bietet viele Vorteile. LEDs sind bereits weit verbreitet, energieeffizient und durch die Stromersparnis kostengünstig. Eine Diode am Empfängergerät – Laptop, Tablet oder Handy – fängt das Licht auf und setzt die Information in elektrische Impulse um. Eine bidirektionale Übertragung ist auch möglich. Der Upstream der Daten erfolgt zum Beispiel über einen Infrarot-Drückkanal. In der Stadt der Zukunft finden sich für die Datenübertragung mit Licht zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. In Museen werden Daten zu Ausstellungsstücken aus der Lampe übertragen. Besucher können sich dabei frei im Lichtkegel bewegen. In öffentlichen Verkehrsmitteln wird via Internet aus der Deckenlampe gesurft und Verkehrssysteme kommunizieren via Licht. Insbesondere in Bereichen, in denen die Datenübertragung per Funk problematisch ist, wie in Flugzeugen oder auf Messeständen, ist der Einsatz von Visible Light Communication sinnvoll. Ein weiterer Vorteil. Datenschutz kann mit einem einfachen Sichtschutz gewährleistet werden. Zur Entwicklung von Anwendungen für die Visible Light Communication bietet das Fraunhofer HHI eine fertige Komponente als Plug-and-Play-Lösung. Modular entwickelte Baugruppen können darüber hinaus, je nach Kundenanspruch, in die Entwicklung von Technologien integriert werden. Zum Beispiel für die Autoindustrie. Und welche Idee haben Sie für den Einsatz von Visible Light Communication? Sprechen Sie uns an!